Alexander Ludwig von Wormp war ein preußischer Oberstchef des Husarenregiments Nummer 2 und Ritter des Ordens Pur-le-Merit. Leben, Herkunft Seine Eltern waren der Sachsen-Gotharische Offizier Johann Siegesmund von Wormp auf Gründer-Ode und dessen zweite Ehefrau Anna Dorothea. Geborene Spiegel zum Desenberg Militärlaufbahner ging zunächst in hessische Dienste und kam 1701 in preußische. Er war ein großer Mann mit riesigen Kräften und auch dem Alkohol nicht abgeneigt. 1735 wurde er Oberstleutnant und Kommandeur des Regiments, im Juli 1740 wurde er zum Oberst befördert. Am 9. Dezember wurde er mit einer Eskadron Husaren, noch unter König Friedrich Wilhelm I., in der Magdbrandenburg errichtet, nach Schlesien geschickt. Er hatte ein bekannt schlechtes Verhältnis zu Zieten, mit dem er sich noch am Vorabend von dessen Hochzeit eine Schlägerei lieferte. Im Juni 1741 verpatzte er einen Auftrag, das Regiment wurde von Zieten gerettet. Wormp erhielt vom König Friedrich II. eine Pension von 1000 Talern und wurde als Kommandeur in das Garnisonsregiment Röder versetzt. Familie Er heiratete am 31. Oktober 1719 Maria Tugendreich von Auerswald. Das Paar hatte mehrere Kinder, darunter Wilhelm Hans, Leopold, Friedrich Ludwig.